Hallo liebe Freunde! Heute machen wir eine Zwiebelzalat. es ist sehr leicht zu machen, einfach zubereiten und es schmeckt wirklich sehr sehr gut. nach diesem Rezept glaubt mir ihr würdet die Zwiebeln nicht mehr weg schmeißen oder sie werden nicht mehr kaputt gehen zu hause und wir fangen jetzt schritt für schritt zusammen an. was wir brauchen ich habe ungefähr hier so einen Teller voll Zwiebeln, das liegt an euch wie viel Menge ihr braucht, bisschen Petersilie, Salz und Kreuzkümmel und ungefähr zwei Esslöffel Olivenöl, Chilipulver und ich habe hier so diese Granatapfelsauce Wir sind einfach so viele aus der Rezeption, die in Corporation Norden sind die Rezeption, das schaffen wir jetzt, die Chaias und was wirkt, wir haben die Nachnen, die Nachdenktion und die Nachdenbeinein und Brücke und ich habe dann die Nachdenbeinein und die Nachdenbeinein und diese Beinein. Und das ist wirklich ein Baum. Ja Somar, ja Helo Ja Somar magemela Ja Bedar Dawee Dağlaholder Ja Somar, ja Helo Ja Somar magemela Ja Bedar Dawee Dağlaroller Musik und so zwei Minuten Maximum komplette Gagzeit drei Minuten Ich stehe hier in die Wazir und schlafe die Karpere und schlafe die Karpere Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020